Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Planet 2 Groß Neues übrigens noch mal bei uns nämlich der Erste Erste bei mir ist wieder der Dutschke Och, komm mal, komm, hier rappelt das schon Oh, du bist schon mitten in der Station? Da schießt ein Panzer von ziemlich weit weg. Oh, ho, 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 ich schieß einiges Aber eigentlich schießen die festen Towers vom Robgate hier rüber Wir stehen kurz vor dem Sieg Wow, sehr viele Route hier Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen Wo bist du hin? Na oben? Ja, ich ne So Wie lebt denn immer noch? Toll So, hab ihn Der Nächste Runter vom Alkon Sehr schön, zack, direkt eingenommen Nachladen, 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 nachladen Ich hab's gesehen Boah Der war zu heftig Ach so, genau, was mir einfällt Und zwar in einem Video wurde ich gefragt, was ich denn, ähm Ob ich zu einer Nahkampfwaffe tendieren würde Und zwar zur guten alten Schrittflinte Also die Schrittflinte, mit Sicherheit eine hervorragende Waffe Aber Jedoch Mit Sicherheit auch sehr gemein Leider gibt's die nicht Natürlich, ich weiß, dass die die Schrittflinte meint Wo ist der Typ? Haben sie ihn jetzt umgebracht? Ich trau dem Frieden nicht, der dicke war noch Achtung! In der Nähe befindet sich eine schwere Gegner des Vereinein Schrittflinte Ja, die Schrittflinte Die ist bestimmt böse Bestimmt extrem schmerzhaft Die Schrittflinte Wollte grad vom Trecker überfahren Watt Wieso sind denn die herz? wir kommen jetzt jede Menge Panzer von denen raus, da brauchst du einen Spüßen, Alter. Ah, ich seht. Panzerfaust rein, Hämmer. Ja, die sind aber alle noch schön in der Bewegung. Die fahren nach oben. Hm, da kann ich wohl nix machen. Was, was, was? Flieger? Und, 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 und! Ach, daneben. Hinten bin ich's getroffen, war ich nicht. Da oben zweimal ein Panzer. Auf der anderen Seite, auf der Straße, jede Menge, ne? Ja, ja, leider aber auf der anderen Seite. Der Panzer kommt näher. Ich werde zu widerstehen. Ich werde zu suchen kurz halten. Bom, der hat aber übelst kassiert, der macht nicht mehr lange. Hahahaha, der Panzer hat's zersägt. Den hat's zersägt. Ach, das ist der nächste. Lightning! Den hab ich schon zweimal nicht getroffen. Ich hab ihn direkt getroffen. Aber ich hab nur noch einen Schuss. Wo ist der stinkende Lightning? Da ist er. Oh, ja. Oh, ja. In die Seite kommt noch viel, viel, viel. Ah. Schön stehen bleiben. Ja, da hab ich schon wenigstens noch mitgenommen. Ja, mein Aiming ist mir, äh, bewusst. Das ist heute noch nicht das Beste. Aber erstens liegt's darin, ich hab neue Maus. Und zwar eine G400. Hab ich mir endlich mal gekauft. Und hab meine 9,95 Euro Maus abgelöst. Haha. Jetzt muss ich mich aber erst mal dran gewöhnen. Und zweitens, ja, gestern war Silvester. Ja, da könnte es sein, dass das ein oder andere bisschen schlecht gewesen ist. Und deswegen meine Hand noch etwas wackelt. Schön Fahrzeug, das sind Sandra von uns. Aha, okay. Ich dachte. Hm. Wenn hier viele Flieger wären, dann würde ich ja sagen, Luftattacke, aber... Lohnt sich so nicht, würde ich sagen. Hier ist noch nicht so viel, ne? Da kommt wieder irgendwas. Flieger. Großer, stinke Flieger. Wo ist er? Da ist er. Macht er jetzt langsam? Uuuuuh. Ja, aber der Pfeuer. Uuuuuh. Verdammt, das Ding fliegt eindeutig zu langsam. Feuer, Feuer, Feuer. Uuuuuh. Fass das hier sehen. Nee, das tust du, du. Die kriege ich noch. Die kriege ich noch. Ich spare nicht mehr einen Sonderer und schießen ab. Pass auf. Zack. Komm, 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 komm. Schalt um. Und Feuer. Uuuuh, das sieht aber aus wie du von hinten. Macht nix, ich krieg den, ich krieg den. Der hat nix mehr. Der hat ein winziges, winziges Tischchen. Au, wer schießt denn auf mich? WTF? Sniper. Sniper. Sniper, das blöd. Wieso ist dein... Ach, du hast deinen Sonder noch gar nicht umgestellt zur Spawnstation. Chef. Der ist eh gleich platt. Warum? Du bist doch nur grad mal auf Hälfte. Weil da vorne ein Panzer steht, der hereinschießt. Also von allen Seiten. Quasi. Ja, das sieht nicht sehr gesund aus da. Aber du fährst grad schön beiseite. Ja, ja, ja. Ja. Aufstellen. Zack. Ach, da bin ich denn da drin. Ich will nicht da rein. Ich will mich umrüsten. So. Auch ne Methode, Funkte zu verdienen, ne? Ja, warum nicht all zu lange halten. Was? Der kriegt ja kontinuierlich weiterschalten. Ich war mich schon wohl. Na, von irgendwie Schütz anscheinend. Aber kontinuierlich. Kontinuierlich wirklich weiter. Rums, rums, rums. Und. Da ist der nächste Panzer, der ist schon neben uns. Der noch hier drauf bollst. Ne, das können wir nicht gegen reparieren. Alles klar. Zack. Schnell noch. Schwere Einheit. Und weg hier. Weg. Freikling reparieren. Ja. Ja. Ja, mein durch Knarre war am Ende. Da ging gerade wieder hoch. Feikling ist er. Boah, Feikheit vom Feind, Mann. Überhaupt nicht. Warte, warte, warte. Boah, jetzt die Invasion ist angenehm. Feuer. Bam. Feuer. Lebstät. Ah. Ja, fahr noch ein Stückchen. Baller steht in den Peck. Auch gut. Bamm. Ist der blind? Ein Panzer der südlich ist. Gut, nochmal Feuer. Einen kriegt er noch. Wum. Ich hab ihn abgefasst, den Kill. Ha. Ha. Gut, dass ich gerade mal hier zufällig vorbeikam. Hm. Von hinten? Hat ein eigener Mann mich geschossen oder? Ne. Volktraform. Kann man hier keinen Panzer spawnen? Hör mich nicht. Das ist ein bisschen schade. Nochmal Volltreffer. Nochmal. Hohoho. Der ist schön explodiert. Psch. Dann prima. Hier ist aber übel. Wer schießt denn hier? Ach, da kommt der nächste Panzer angeschissen. Ne, jetzt hab ich nicht losgepasst. Da ist schon eine blaue Max vorne drin. In der Hütte hätt ich da einfach geschossen. Da hab ich nach Munition gebrüllt. Da drüben in der Hütte wo wir grad waren. Oben auf der anderen Seite von der Straße wo ist ein Munitionszebue, da ist ein Gegner drin. Ja. Mal gucken ob du die rausräuchern kannst. Da kommt ein Panzer, dem räuchern wir erstmal raus. Zamm. Warum bist du denn schon mal gekommen? Du hast meinen Schuss abgefasst. Du bist genau in dem dein Schuss reingerannt. Panzer hat den Schenkel. Ich hab dich bloß gesehen am Namen und bin im Deckel reingemachtel. Da hat der auch nicht geschafft. Da kam so ein Zischi an mir vorbei. Zischi kam doch grad an dir vorbei. Der dumme Panzer, warte die geb mich auch noch ein. Weil der grad da dumm rumsteht. Gibt's denn das? Zang. Was trägt denn das Teil? Au. Okay, ich muss mal irgendwo wieder rein in die Hütte. Ich brauch neue Munition. Guck guck. Ja. Hahaha. Geil. Ich hab einen Assisten gekriegt. Äh. Sandy. Heilen. So oben auf dem Berg steht einer im Nordösten. Ich will eine feindliche Einheit gesichert. Nordösten. Okay. Ich muss hier auf die Kiste hüpfen. Ich geh einfach hin. Dicker, kleiner Flieger. Oh, oh, oh. Ah, fuck. Hat mir ja nicht kreuzgeballert. Oh, da hat eine Panzerskraft vor meiner Nase. Hier ist aber wieder Action angesagt. Aber hier mit dem Panzer hinzukommen hat auch keinen Zweck, glaube ich. Der ist rucki zucki fortgeballert, dass wir den Punkt überhaupt halten können. Achso, den verlieren wir gerade. Also, der monsieur fragt ist, dass wir einen Aufmerksam. Und dann aber noch nicht auf immer eine Schöne. Aber da bin ich auf die Müll. So. Ich muss mich alles verweilen. Ich will nicht. Oh mein Gott. Ich kann mich aus. Du Dutschke. Ich bin vor der Tür. Hm. Die ist nicht sehr gesund. Hm. Haben sich gut platziert hier. Ich glaube hier machen wir keine Schnitte mehr. Geflutet zum Teil. Oh, ich würde geräst. Na gut, von mir aus. Ich hab den Panzer gesehen. Aber, ne, das kann ich nicht besser. Kein Zweck. Da gehe ich hier woanders raus. Wo ist denn das nächste? Hier den Snowwatch Tower haben wir doch immer fein. Sollen wir den mal ausprobieren oder Friar Arms Station? Wie du es kann, mir ist das egal. Egal, 83. Gipfer Friar Arms Station, da kommt der erste Ding ins Angefahren. Noch ein Panzer reinhupfen. Panzer! Wo bin ich denn hier? In den Keller rausgekommen. Wo gibt's denn mein Panzer? Wo bin ich? Ich höre irgendwie einen Thunder oder so. Warte, Moment. Ah, du schießt auf da. Da ist der Thunder. Granat drauf. Zerstört. Ich kapurier lieber das Ding mit. Da haben wir den Null, kommen wir nichts kaputt. 460 Points. Da unten. Da unten.